sehr ungern leitet mir leid hier fällt ein bisschen was jetzt zum beispiel wie der regen angefangen hat meine festplatte war völlig muss erstmal platz machen damit ich ja die aufzeichnung vorsetzen wollte ich kann nicht mehr reden fortsetzen kann was mit dem knalli misst viel was machst du alles regen aussitzen alles jungs hier dort hinten habt gerade entblieben der hat die ganzen zombies überwinden ob du was gefunden oder nichts nicht ich war da gerade mit festplatten management beschäftigt der ist nicht der ist ja hier auf mehr fehlt oder was ja ja hinten bei der angst du da die ganzen dann bis weg machen der regen ist sehr aggressiv also dreht er anschauen oder was es gibt doch noch pro lobo oder ist der toxic militärie aber wie bei exager bei 70 mann auf dem server da bist du nirgendwo alleine bin ich selbst wenn ich allein unterwegs bin bin ich nicht allein ist gestern klar die mal gezeigt wie seifenblasen zerplatzen okay dann fahren wir noch ein stück hier ist jetzt ein trader es rakenet kommt da die raus mit ihr ja im auto trockenste schnell ist noch was hier drinnen hier ist jetzt hier ist jetzt was los ja hier ist der trader ist eigentlich ruhig also bei mir wird bloß der Herr Sim, wer ist denn das? achso sind das Spieler? ja wenn du blaue Namen siehst, das sind Spieler wieso krieg ich ja Spielernamen angezeigt? das ist doch bloß beim trader so achso mir wird hier kein Marker angezeigt hallo hast du die Quests angeschalten? nee nee ich hab da alle Benachrichtigungen ausgeschalten drück mal oh 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 und da hast du jetzt Tiger Hood oder sie keine Ahnung Robin Hood ja hab ich einige das siehst du das siehst du das siehst du ab der erste jetzt du den ersten Film gemacht hast nö wird mir nicht angezeigt so dann komm mal hierher hier ist dein dein Spind blind? warte mal eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun die die zehn stück packst du jetzt mal dein Spind rein nach unten gucken F drücken Spind aufmachen und dann den den mal was gleich reinpacken aber bei mir stand keine Quest drin wahrscheinlich ist es mir nicht erlaubt zu questen hier sind noch wer sind noch hier ohne Handschuhe hier sind noch paar halbe Handschuhe drin ohne Finger null die tun es auch erst mal ach da war der andere nicht schneller hier sind noch Westen Knalli also ich habe es gleich rein gemacht aber ich muss sagen es keine Quest nein aber da kannst du warte mal ganz kurz geh mal auf den Discord bei dir nee hör auf jetzt du kannst da drinnen mehr auf Bauraum freifalten darum ging es mir ach so ich will aber nicht während der Aufnahme immer raus tappen Weißte, wir haben Discord rumrummeln. Dalli, mach das mal, was er sagt. Ich nicht. Deswegen sollst du ja machen, was er sagt, weil du es nicht kannst. Was? O drücken? Oder wo soll ich hingehen? Discord. Weiß nicht, ja. Ach nee, dann muss ich das Fleisch rauslegen wieder, oder? Ja, ich muss selber erst mal gucken. So. Genau, du hast jetzt zehn Stücken, weißt du, ne? Brauchst du die? Ich hab noch mehr einstecken. So, du musst in den, in den Spind, den mal weißt, gleich rein drücken. Und dann muss dir irgendwas angezeigt werden. Warte mal, ich hab... Aber ich kann in deinen Spind nicht reingucken, deswegen kann ich dir nichts sagen. Ach so, im Spind kriegst du das angezeigt, oder was? Nee, da steht nichts. Persönliche Brust steht da. Das stimmt. Bei mir auch. Aber wenn du jetzt die zehn Stücken Fleisch rein gepackt hast in den Spind, dann muss da irgendwas passieren. Dann wird er hier erweitern, oder du hast, dann ist es von alleine freigeschalten, dass du immer mehr Sauer haben hast. Und wenn du das gemacht hast, gleich... Ach so, zehn Stücken, ich hatte bloß acht. So. Brauchst du jetzt noch zwei? Hab ich schon. Dann packst du nochmal die drei Wolfspelze rein und dann hast du 100 Flöcke drin. Jetzt ist Schleich weg. Ja, na klar. Ja, jetzt hab ich 100 Flöcke, okay. Weil ich bleib mit mir jetzt das ganze Wolfspelz rum hier, das will ich auch nie. Nee, da gibst du mal einen Knalli, der beteiligt sich nicht an unserem Vorhaben, ich erschieße den. Ich weiß nicht, was er dort macht, deswegen... Nee, der kommt doch mal zu uns, du standst die ganze Zeit irgendwo rum. Hier ist auch noch ein fettes Mac drin. Wo ist denn der Ronny? Äh, hier, der Ronzen. Hab ich schon reingetan, Ronzen. Warum? Weil ich es nicht brauche, weil es nicht passt. Du kannst aber die Muni rausnehmen. Vielleicht willst du nicht eine Weile mit uns spielen, oder... Und vielleicht findest du eine Waffe. Wie hoch ist die wahrscheinlich jetzt? Eine AKM zu finden? Eigentlich geht. Normal, ich nehm's mit. Aber lass uns nie verweilen hier. Nee, jetzt kommst du mal her zu mir. Jetzt kommst du mal die 10 Stücken Fleisch hier. 2, 3, 2, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jetzt kommst du mal mit. Wo geht's denn jetzt hin? Hast du was vor deinem geistigen Auge? Lass mal rippen, Hunter's Braider. Ich hab hier noch die Kuhfälle. Und ich wollte Fälle ab dir geben, aber ich hab hier halt Fälle. Sind halt alles Sauraum weg im Auto. Aber apropos Kuhfälle, muss ich mal sagen, das war ja damals im, wie sagt man so, im wilden Westen. Da wurden ja auch viele Kühe getötet und das wurde dann an so ein Marshall herangezogen, herangebracht, das Problem. Und da hat er eine Akte aufgemacht, wo drauf stand Kuhfälle. Also, das ist ja, das ist ja viel deeper, als wir immer denken. Oh Gott. Ich glaub, der Knalli hat uns schon wieder ausgeschaltet. Das Mistvieh. Das Mistvieh. Schätzliche Pfanneleis. Du kannst Knie kriegen ins Gesicht. Nee, Eis, bist du bescheuert? Draußen sind 10 Grad oder so. Da isst man da lieber eine Bratwurst. Draußen sind 13 Grad. Oh, wegen 3 Grad, Entschuldigung. Lass das nicht der Kreta hören, ey. Erst ein Baguette reinschieben und dann noch ein Eis hinterher. Es waren 4 Baguette Brötchen, ja, mit Kräuterbutter. Wenn der ein Fressfleisch kriegt, hast du überall Verpackungsleichen rumliegen. Und 2 Buletten. Oh, Alter. Unfall. Das war Knalli. Der Knalli ist nämlich, nach dem Einkaufen hast du direkt einen Verpackungsfriedhof. Gleich im Auto schon. Und jetzt ein Kleinfurt. Ich wollte das ja gar nicht. Das ist die beste Entschuldigung für einfach alles, oder? Ich wollte das ja gar nicht. Alles versehen. Also, jetzt hoffen wir, das haben die bei uns damals in der DDR-Zeit in der Schule gemacht. Ja, sieht man ja an der PISA-Studie eigentlich. Das war glaube ich die komische hier mit dem Würfelzucker, ne? Schluckimpfung, ja, ja. Die hatte ich dann später in Tschechien, habe ich nochmal eine Schluckimpfung gemacht. Oh Gott. Das war die Entschuldigung. Ne, das war was anderes. Vergesst das bitte. Vergesst das. Meine Tschechen. Meine Tschechen. Schluckimpfung. Okay. 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 Ich habe mir das Handy gekauft, ne? Also, ihr habt ja alle Fingerabdrucksensor und so einen Scheiß. Ich habe es richtig krass. Ich habe einen Handabdrucksensor. Also ein Tablet, ne? Du brauchst den kompletten Unterarm, um das Handy zu entriegeln. Mhm. Ich habe es vor allem sehr mit Fingerabdruck aus alles bei mir ausgesucht. Ne, ne, ist kein Tablet wegen der Größe her. Da ist unten so ein Strick dran, da ziehst du dran, da rollt so eine Scanmatte aus und du legst einen Arm drauf. Ja. Alles klar. Das klingt nicht sehr glaubhaft, wie du das gerade gesagt hast. Ne, weil du... Ne. Was ist denn? Ich bin und fährst mir dabei zu den Tachentücher durch im Kühlschrank. Ja, sind sie schön kalt dann, wenn du ein Zimmer brauchst. Ich habe schon alles im Kühlschrank gehabt. Mein Handy, Kaffee, alles schon im Kühlschrank gewesen. Bonsen. Geht es dir auch manchmal so? Nö. Ne, das hier ist der Green Mountain zum Beispiel. Und hier ist der Quest. Okay. Ja, hier ist ja standardmäßig eigentlich früher immer ein Trader gewesen. So, da kommt... Was schlägt hier was im Müll? Ne, eine leere Batterie. Da habe ich schon eine. So, da könnt ihr mal hier rankommen. Die aufladbar? Ne. Okay. Aber... Ach, besuche die drei Träter. Dann geht das jetzt erst los, genau. Das ist eine Quest, okay. Ne, ich habe es mal angenommen. Und dann schickt mal es raus, sorgen mal, was das ist. Ein Handy, was du gerade in der Hand hattest. Du hast es in der Hand und hast es in der Hand gelegt. Äh, ach so, warte. Du hast den gearscht. Äh, verarscht. Das kann ich doch nicht machen. Das ist ein Handy, da kannst du hier Quest machen. Was kann man mit einem Handy machen? Brot aufschneiden? Und lauter so tolle Sachen? Also die Quest oder wenn du auf Annehmen drücken. Kannst das auch als Transportmittel benutzen, wenn du es so hart walzen tust, dass du nicht... Oh Gott, Alter. Meine Presse. Du kannst das ja so hart walzen, bis das bloß noch eine ganz dünne Folie ist. Da kannst du so eine... Wie du hier im Kina-Store oder so kriegst, oder beim K-Pap-Dealer. K-Pap-Dealer. Weißt du, da kannst du hier so... So eine Tüte draus machen. So eine Plastiktüte. Und dann kannst du zlammern holen. Ja, das geht. Mach doch. Okay, wird das schon wieder hell? Wird langsam hell. Was hast du, wolltest du gerade sagen, Ronzi? Nee, das ist alles leer. Ja, ich habe auch schon geguckt. So, Knalli, rein mit dir. Die Kinder müssen hinten sitzen. Komm. Jetzt, ja, okay. Wir fahren mal schnell zum Hunter-Trader hoch. Dann fahren wir mal über das Airfield. Nehmt ihr mich mit? Naja. Oh, sorry. Ich habe mich reingesetzt und da rollt die Koffer von der Linde los. Ja, ich habe das gerade gemerkt. Weißt du was? Big Fick dich und bleib hier. Aber ihr hört mich trotzdem im Discord, weißt du? Ich werde euch dann unentwegt voll labern. Ich war gerade auf der Map und habe noch nicht gesetzt, das Auto rollt. Ah, lustig. Das ist ja Hunting-Trader. Achso, du musst ja raus. Der guckt bloß ein Knarre aus der Tür. Mach aber die andere Tür auf. Danke. Wo ist denn das? Hier unten drinnen oder was? Keine Ahnung. Du musst irgendwo einen Marker haben, wo du wie erst Triggerpunkt drüberlaufen musst. Oh. Ich habe keinen Marker. Nee, ich habe ja auch keinen. Ach ja, wo gehen die denn an? Mit K, oder? Ja, alles aber, Marker. Alles ist... Wo geht denn hier da rein? K. Einfach K drücken. Bis da steht alles, er von Marker einschalten. Alter, jetzt ist das eingetreten, was ich dir erklärt habe. Das ist die Marker. Aber es ist ja nicht dunkel. Ey, wo muss ich denn jetzt rüberlaufen? Was ist jetzt schon passiert? Wenn du jetzt oben die Quest hast, müsste irgendwas grün unterfrischen sein. Ja, steht da, abgeschlossen. Na dann. Da habt ihr ja bloß noch zwei Punkte. Genau, stimmt. Jetzt würde ich sagen. So, ich habe meine Fälle auch abgeliefert, meine Fälle. Oh, warte mal. Es frustriert mich hart. Und jetzt gehen wir ein bisschen looten. Jetzt fahren wir auf der A-Field. Das ist ganz große. Nalli, komm. Was machst denn du an dem Auto? Geh da weg. Bist du beschadet, Alter? Da sitzt du im Auto. Ach, Alter. Das ist ein Typ dort. Oh, ich hab's gemacht. Oh, nee, 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 nee. Was ist der Quatsch? Den Tschechen voll, oder? Nee, komm, wir haben... Ganz komisch gerade. Mit dem Fett ist der Typ. Oh, ich bin kaputt. Okay, wir haben gelacht. Jetzt muss es auch mal gut sein, sonst können wir keinen Spaß mehr machen. Ich stehe den Befremd mit Löffel hin und tüpfchen. Das hier ist natürlich jetzt das berüchtigte Nordwest-Airfield. Das andere ist ja in einer PvP-Zone, ja. Mhm. Tust du jetzt akkurat einparken, oder was geht denn da gerade? Okay. Komm raus. Und falls du jetzt hier auf irgendwelche... Was steht da drin? Falls du auf irgendwelche Fischer, hier, Zombies, oder was weiß ich nicht alles... ...gesucht irgendwo auf dem Container oder irgendwo... Ja, 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 wir spielen das ja nicht zum ersten Mal. Nee, ich sag's bloß. Äh... Äh... Nimm mal die Macs mit, die ich finde. Vielleicht braucht man's. Ja. Und abmunitionieren. Und anfangen, dass wir... ...gemonieren. Geht's schon los? Nee, knall ich halt. Der lockt halt erst mal alle an. Nun, da kommst du mir. Nee, doch nee. Renn doch hin. Zu mir. Ach, hier, fehlgeleitet. Au! Haben die hier Loot einstecken? Ja, also immer reingucken. Also manche haben sogar eine Keycard einstecken. Kriegst du richtig gutes Zeug. Der hat ein Smartphone einstecken. Ja, das brauchst du auch. Für verschiedene Quests. Oder für die Typen hier, für die Kanacken am Trailer. Ey, bitte nicht sowas. Ich nehm auf. Hier, das ist ein Nightwischen. Du hast auch gesagt. Aber die haben da gar nichts direkt dagegen. Die sagen, dass er selber so sicher ist. Ja, aber das ist... Auf YouTube ist das schwierig. Bist du? Gut, da kenn ich mich nicht aus. Da gibt's halt Leute auch, die stören sich dran. Aber egal. Ich muss mir bloß mal den Timestamp notieren. Was ist das? Jetzt hab ich hier gar nicht geguckt. Warte mal. Irgendwie ist das alles sehr leer hier. Aber meine Erfahrung ist, je mehr Spieler hier rumrennen, umso schneller spornt das Zeug nach. Aber es ist wirklich auch sehr mau mit dem Loot auf dem Server. Man muss es suchen. Ist ja gut, dass nicht so übermäßig viel Loot rumliegt. Aber irgendwie muss es ja auch gut sein, wenn hier so viele Leute auf dem Server finden. Ja, oder die kennen sich alle. Musst du mal ja im Chat mal beobachten. Die kabelten alle miteinander. Und das ist halt das Coole. Weil das andere Server darfst du ja nicht. Aber man muss ja alles beim Trader verkaufen. Hat dir so Zeit untereinander der Handel so... Nee, den Chat hab ich gar nicht an. Da krieg ich Nervenzusammenbruch. Die Texten zu viel. Ja, aber manchmal kriegst du was mit. Ich krieg schon lange nichts mehr mit, glaub mir. Stimmt. Knalli verhält sich wieder auffällig. Ich bin im Gebeide. Knalli schießt rum. Wieder. Achso. Die tust du dich jetzt bei mir sofort entschuldigen. Für was? Entschuldigen Sie mal bitte. Müssen wir... Oh, ich hab Sturmstiefel. Geil. Jetzt klingen meine Füße wieder normal. Aber die Schuhe sind nicht schlecht. Ich will nicht schleichen. Oh, was? Kann denn der her? Hab ich gar nicht. Ich hab's nicht hier sehen. Oh, ich muss mal schnäuzen. Zum Beispiel ist der Knalli eigentlich noch dabei. Ich seh den nicht. Ich hör den nicht. Ich hab mich verlassen. Was willst du denn jetzt? Was willst du denn wissen? Wie kann ich dir weiterhelfen? Ich hab... ...kommisch. Umgesteckt bei mir. Knarre auf die Schnellwahl-Taste. Du machst heute einen sehr zerstreuten Eindruck. Ja, das läuft nicht so weh. So, immer schwierig mit Leuten zu spielen. Ja, jetzt sind wir wieder schuld. Nein. Das ist schlimm. Aber mit... Das muss er erst mal bringen in einem Multiplayer-Spiel. So was zu sagen. Oder, Knalli? Na. So eine harte Ansage an Multiplayer. Das ist wie so eine Spätklassen-Gesellschaft, oder? Okay. Naja, du holst jetzt ein bisschen weiter aus, als ich gedacht hätte. Ja, 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 ja. Na ja, noch Kostabwohnen und wir in den kleinen Sektion. Der wohnt da auch außerhalb. Ich wohne. Ich hab ja nicht mal Dresdner noch mal ein Schild. Ich hab meistens noch mal ein Schild. Meisner. Ja. Hat er dich halt verlassen. Was hast du denn gegen Meisner? Die sind bekannt für ihr Porzellan. Mein Chef wohnt in Meisen. Ja und? Deswegen muss der Rest der Menschheit nicht schlecht sein, oder? Ich wohne genau an der Kreisgrenze zwischen Dresden und Meisen. Das ist gut, jetzt noch Straße und Hausnummer, dann... Nein, aber Pumps-Beitlewerk nicht erwartet, ergeblich noch so, das kennt ihr jetzt eigentlich wieder. Alles klar, ja, okay. Konter! Ja, okay, haben wir jetzt mal drüber geredet. Du warst bei Kolping. Das war fast jeden Tag vorbei. Da kannst du bald und hin, ne? Ja, genau. Ja, ist klar. Oh, ich muss mal was essen. Oh, ich mein' ganz netto. Ach, Quatsch, das hat heute zu, ich weiße. Nee, das ist ein bisschen blöd am Feiertag. Aber ja, weil du ja nie Fehler machst. Worum gehst du immer zu Nett, ne, du? Geh da zu Brutto. Nee, nee. Nicht zu teuer. Oder geh zu Ethika. Oder zu Konsum. Konsum gibt's nicht mehr. Doch, in meinem Herzen. Bei uns gibt's das noch erst vor Frieda, jetzt wird's wieder Konsum. Konsum rennt hier rum. Ich war gerade auf dem Airfield. Aber die tun es nicht. Die ist egal. Hast du Angst, dass du beschossen wirst? Nein, ich war doch schon dort. Hör doch mal auf immer rumzustreiten mit mir. Ja, genau. Also die die Hangars hast du gelootet. Nee, da ist ja nicht wirklich was drin. Hast du recht? Da ist nichts drin. Nichts. Wo ist denn der Knalli schon wieder? Ist ja 200 Meter entfernt. Ja, 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 hier warst du gerade. Das ist viel rumgeballert. Habt ihr noch genug Muni? Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Auf was schießt denn du? Da ist ein Trumpi hier. Ach, hier kommen noch ein paar aus dem Anker. Knalli, kannst du mal warten, bis ich nicht in deiner Schusslinie stehe? Das macht mich immer nervös. Ich passt schon auf keine Angst. Knalli habe ich ein paar Mal aus Versehen, weil er mir ins Visier gehobt ist. Habe ich ihn einfach mal weggemacht schon ein paar Mal. Du hast aber auch immer mit Arzt abgekriegt. Naja, alter, weil ich das nicht mehr stoppen kann im Vorgang. Nee, nee. Karte 3. Coila könnt ihr euch graben. Drecksau. Stirb dran. Wenn du krank bist, darfst du keine Cola trinken. Knie fressen, Knie fressen. Die wie ein Engelbrenz. Ist ja ein Autoranleger. Nee, gibt es leider nicht. Nee, macht auch keinen Sinn. Deine Stamina, die ist ja auch, nee, an Limit. Auf meiner Wunschliste stehen hier ABC-Handschuhe, aber die gibt es nicht. Nächstes Mal, wenn du eine Cola findest. Ronsi, kannst du gleich sagen, hier, Knalli, die Cola kannst du dir nehmen. Gut. Jungs, hier ist was zum Ballern. Hier steht das ganze Feld voll. Das ganze Feld, echt? Das ist jetzt hier eine Weed-Farm entdeckt, oder was? Ein Kürtel. Nehmen wir mal mit. Kann ich schaden? Soll ich dir ein bisschen Hals mitnehmen? Tens? Jetzt. Klick, klick, klick. Das ist ein Magazin leer. Hast du das nicht gehört? Ja. Hier, das Handy. Ist dick kaputt. Ja, aber... Ach, der ist so, Big. Ohne, lern du, Hank. Mit R geht's voll. Das habe ich mal erklärt, auch in dem Video. Wie das sich verhält. Ist, ich glaube, auch mein meistgeklicktes TikTok gewesen. Ich habe euch mal was mitgebracht, Leute. Naja, das muss ich mal. Alter. Der war jetzt ein bisschen schneller da, als ich dachte. Als ich vorhin noch lachte. Ich suche eine schöne Auße. Eine Hose. Hey, was gibt's das Wetten? Aber was ist denn das? Eine Sturmweste? Eine Plattenweste? Oh, die hat keine... Keines Platz. Hier ist eine KM. Und hier, Knalli, hast du mal das Trommelmeck einstecken? Warten Sie mal kurz. Das hat er da weggeschmissen vorhin. Ich habe eine KM abgenutzt. Ja, aber hier liegt... Ah, die ist auch gefertigt. Es sind sogar zwei. Aber das Trommelmeck, das große, hat mir das noch einspägen. Ich kann's. Ich kann's hier, passt das dran. Da hast du 75 Schuss. Willst du nicht haben? Nee, willst du es haben? Warte mal, leid dich. Das ist das falsche Ruckstatt, wenn du aufhörst. Hoppala. Das ist das falsche Ruckstatt. Das ist das falsche Ruckstatt. Tschüss.